Hey Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wir sind heute hier in Bauschheim beim zweiten Stopp von der SX-Series und ja, ich wollte es euch einfach mal auf dem Helm mit der GoPro zeigen. Heute zwar ein anderes Portal, weil meine noch beim Händler ist, weil der Motor revidiert werden muss, aber viel Spaß mit dem Video. Schaut euch mal die Strecke an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 oder eine Art beim Banken von Foto investiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020